Ey Leute, eins muss man mal sagen, und zwar hat heute der Ostermontag als letzter schöner Tag dieser Woche, beziehungsweise halt morgen soll es halt regnen, echt schönes Wetter auf Lager. Und ich sag euch ganz ehrlich, es ist echt wunderbar, vor allem angenehm warm, die Sonne ballert, die Blumen sind sehr schön, alles in einem, es ist zum Genießen, Leute, das muss man einfach mal sagen. Findet ihr nicht? Es ist zum Genießen.